sucht suche sehnsucht hinter jeder sucht steht eine suche und jede suche wird bedingt von einer tiefen sehnsucht was ist die sehnsucht hinter der suche und der sucht meine tiefste sehnsucht ist natürlicher frieden zu sein konfliktfrei einfach da zu sein in der vollen akzeptanz des gegenwärtigen moments nichts muss verschwinden nichts muss dazukommen Vielen Dank.